Bereits am 12. Februar 2024 kam es in einer Parfümerie nahe des Eufenstädter Grasewegs zu einem Ladendiebstahl, bei dem mehrere Tatverdächtige gemeinschaftlich diverse Parfümkartons mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendeten. Nun wird anhand von Überwachungsaufzeichnungen nach einem der Tatverdächtigen gefahndet. Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter dem Stichwort Ladendiebstahl-Parfümerie Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter 0391 546 3295 entgegen. Am 10. August 2024 befuhr eine Straßenbahn um 2.10 Uhr den breiten Weg. Hierbei befuhr die Straßenbahn ein Verkehrszeichen, welches unbekannte Täter zuvor in dem Gleisbereich abgelegt hatten. Personen wurden hierdurch nicht verletzt. Aufgrund des eingetretenen Schadens konnte die Straßenbahn ihre Fahrt zunächst nicht weiter fortsetzen und musste aufwendig mittels Kran geborgen werden. Dies führte bis 4 Uhr zu Einschränkungen im Fahrbetrieb. Durch Polizeibeamte wurden vor Ort Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg rund um die Uhr persönlich, telefonisch unter 0391 546 3295 oder mittels des elektronischen Polizeireviers entgegen. Am 10. August 2024 kam es zwischen 2 Uhr und 3 Uhr auf einem Campingplatz im Bereich Barlebersee zu einem Brand eines Wohnanhängers. Durch die Geräuschentwicklung des Brandes wurden weitere Gäste des Campingplatzes geweckt und auf das Brandgeschehen aufmerksam. Aufgrund der Hitzeentwicklung ließ es sich jedoch nicht vermeiden, dass das Feuer auf umstehende Wohnanhänger übergriff. Insgesamt brannten drei Wohnanhänger vollständig nieder und mindestens drei weitere Wohnanhänger wurden leicht beschädigt. Glücklicherweise wurden durch das Feuer keine Menschen verletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Magdeburg gelöscht. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ermittlungen hierzu hat die Polizei aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr persönlich, telefonisch unter 0391 546 3295 oder mittels des elektronischen Polizeireviers entgegen.